Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal wieder das gute Eine-Frage-Go-Format parat. Das Ganze funktioniert so, ich chill auf dem Discord, move dann immer einen Zuschauer zu mir hoch, der darf mir dann eine einzige Frage stellen, die muss ich beantworten und danach move ich ihn raus. Gab es in deiner YouTube-Karriere einen Moment, wo du kurz davor warst, aufzuhören? Ja, schon öfter, tatsächlich. Aber ich glaube, es hat jeder mal. Es ist, glaube ich, erst sogar eine Woche her oder so. Ich hatte irgendeinen richtig trashigen Tag erst vor einer Woche, wo ich so ganz simpel eigentlich, wie so ein kleines FAQ oder Q&A. Die Format-Idee ist nicht von mir. Ja, ein bisschen geklaut, muss ich hier vorher sagen. Ich weiß immer noch nicht, von wem das Format ist. Also mir haben ein paar Leute geschrieben, dass es von unsympathisch.tv wäre. Dann haben mir ein paar Leute geschrieben, dass es von TommyInit irgendwie wäre oder schon irgendwie in Amerika vor ein paar Jahren schon mal gab. Keine Ahnung. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Erfinder. Geile Idee. Und ja, let's go. Okay, das wird jetzt wieder weird. Warum machen wir das nochmal? Naja, egal. Ich fange einfach an. Ich nehme den ersten einfach, der ist Hallo. 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 Weiße oder schwarze Schokolade? Boah. Weiße oder schwarze Schokolade? Das ist eine gute Frage sogar. Ich glaube, momentan bin ich eher für schwarze, also für Vollmilch. Aber ganz, ganz früher, so in der siebten Klasse, war weiße Schokolade mein Favorite. Weil weiße Schokolade schmeckt überall gleich gefühlt. Egal von welcher Marke. Ich habe tatsächlich noch nie weiße Schokolade gefühlt probiert. Ich habe immer nur, das Einigste, was ich erstens gefühlt, nur Oreo, alles andere eklig. Weiß. Was? Welche isst du nur? Nur Oreo-Schokolade. Schokolade. Ah, ja, ist auch die beste. Ist auch die beste. Ja, die ist super lecker. Weißt du, hast du noch nie probiert? Nee, mag ich nicht so. Also habe ich schon mal probiert, aber nicht so lecker. Ich wollte gerade sagen, wie kannst du wissen, dass du nicht magst, wenn du nie probiert hast. Aber naja. Oreo ist nice. Ehre. Auf Wiedersehen. Ja, das ist bestimmt. Ja, ciao. Ciao. Jo, hier heißt einfach einer. Ryan Cole mit genau meinem Profilbild. Ich dachte gerade, wieso bin ich denn in dem Channel? Das bin ich einfach. Dann muven wir mal mich. Moin, Ryan. Moin, Ryan. Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht. Jetzt habe ich mich selber gehört. Hey, das ist smart. Er hat einfach meinen Stream an, damit ich mich höre, glaube ich. Nee, jetzt höre ich nichts mehr. Jetzt ist das Sound-Mute. Okay, tschüss, Ryan. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Eine Frage. Go. Was ist immer im Moment dein Lieblings-Streamer auf Twitch, den du guckst? Mein Lieblings-Streamer? RyanXCole. Ist doch klar. Außer RyanXCole. Warte, ich muss kurz überlegen, bei wem ich mich einschleimen will. Bei dem kann man übrigens gratis Twitch Prime einlösen. Ja, man. Twitch Prime ist kostenlos. Ich gucke tatsächlich fast nie Twitch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn irgendein Kumpel von mir live ist, wenn man so ein Johnson live ist oder Logo, der so einmal im Monat gefühlt live ist oder Jakob, der gefühlt einmal alle zwei Monate live ist, dann schaue ich da immer rein. Aber ansonsten gucke ich tatsächlich fast keinen Twitch. Von daher, weil ich mich einschleimen will, sage ich jetzt, wer pusht mich wohl am meisten? Basti GHG ist mein Lieblings-Streamer. Nee, keine Ahnung. Und auf YouTube, es sind ja jetzt zwei Fragen so gesehen, aber YouTube eigentlich das Gleiche tatsächlich. Ich habe auch keinen Lieblings-Youtuber, abgesehen von Ryan Cole. Wer ist dein Lieblings-Youtuber? YouTuber, sogar du? Äh, Streamer... Okay, wer ist dein Lieblings... Streamer im Moment Fabo. Sicher? Ja. Nicht Ryan? Du bist der Zweitlieblings-Streamer. Ich sehe, dass du mich bannen willst. Ich gucke den Stream. Ja, das ist jetzt eine ganz kritische Situation hier gerade. Zwei... Aber Lieblings-Youtuber? Ja. Ja, okay, lass ich glaube ich noch durchgehen. Okay, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. Fast wäre er weg gewesen. Naja. Kannst du mich nochmal dran nehmen? Ich war du, lol. Aber bei uns hat genau in dem Moment das Telefon geklingelt. Okay, ich nehme nochmal Ryan Cole. Hallo. Was geht ab, Ryan? Ich liebe deine Videos. Hast du eine Idee für eine Challenge, die ich coden soll? Also, muss nicht für dich sein, aber ich habe auch was zu coden. Minecraft, aber es ist Roblox. Oh, das wird schwer. Aber ja, kann ich mal probieren, ja. Super. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Okay, tschüss Ryan. Ich liebe deine Streams noch weiter so. Oh, danke. Bitte. Socke! Moin Ryan. Moin. Boah, war ein gutes Mikro hier drin. Das ist aber ungewohnt. Oh ja, also ganz schön selten, ne? Mhm. Soll jetzt nicht die Frage sein. So, pass auf. Hör mal zu. Ich habe gehört, du bist der geborene Pokémon-Trainer, ne? Ja. Da habe ich mal eine ganz simple Frage an dich. Ja? Oh nein. Was ist die Endstufe von Kaumalat? Shit, da haben wir letztens drüber geredet, glaube ich, ne? Das kann sein, ja. Ich bin gespannt. Erzähl mal. Endstufe von Kaumalat. Gibt es Kaumalat auch in Diamant? Ja. Das ist der Geburtsort. Ah, ich glaube, dann wäre die Endstufe, ähm, ja, ist das Knackrack? Mashallah, einfach der geborene Pokémon-Trainer. Ja, steht garantierlich im Twitch-Chat drin und habe ich bestimmt auch nicht nebenbei gegoogelt und ich habe auch nicht gefragt, ob es das einen Diamant gibt, um Zeit zu schinden. Ich wusste das. Ja, natürlich. Also, ich bin davon ausgegangen, dass du das wusstest, ne? Weil ich habe immer an dich glaubt und deswegen, äh, ja. Ja, aber hast du den Stream auf? Moment, warte, bleib noch kurz da. Ich höre dich kurz nicht. Okay, ich bin wieder da. Hast du den Stream nebenbei auf? Ja. Okay, das hat jetzt Verzögerung. Aber wer bin ich? Moment. Kack, Verzögerung. Ey, ich habe eine ziemlich krasse Latenz. Guckst du auf dem Handy? Nee. Okay, dann weiß ich auch nicht Internet Explorer, ne? Moment, Moment, Moment. Das sehen wir dann in 10 Minuten. Ich stehe da auch schon im Chat drin, aber wir warten mal, bis es bei dir angekommen ist. Oh mein Gott. Der Echte. Bist du's? Nee. Du bist's? Oh mein Gott. Ich scheiß mich ein. Und lasst einen Like da. Ja, ich bin's. Genau, Unge. Okay, tschüss. Unge, okay, tschüss. Was war, was? Oh, ich bin selber rausgegangen. Was war TTS? Was geht, Abstand, Freunde? Abonniert, Ryan und lasst einen Like da. Oh, so sieht's aus. Ehre. Junge, ich kann die Cappy nicht tragen, weil mein Stuhl... Gönnt euch das. Es geht nicht. Hallo? Hallo? Noch ein gutes Mikro. Hi Tim. Moin. Oh, das war ein bisschen laut. Du meinst, deine Frage ist komisch, ne? Ja, die ist ein bisschen komisch, aber naja, bin ich ja auch, von daher passt es ja. Ja, ich glaube auch. Dann erzähl mal. Wenn du dein Main-Game, also Minecraft, switchen könntest und alles gleich bleiben würde, würdest du das Game noch switchen? Ich nehme an zu LOL. Junge, das ist sogar eine schwierige... Das ist eine gute Frage. Die ist nicht weird. Okay, warte, ich würde switchen und alles bleibt gleich. Du meinst also, die Zuschauer enjoyen das Game genauso sehr und alles? Boah, finde ich schwierig, weil League of Legends ist halt auch so ein Trash-Game zum Streamen. Da wäre ich direkt toxic. Müsste ich jetzt switchen oder könnte ich mir aussuchen, wann ich switche? Naja, das könntest du ja eigentlich aussuchen, würde ich sagen. Dann würde ich safe zu Fortnite gehen, Kappa. Nee, aber ich glaube, dann würde ich es sogar echt irgendwann machen, weil ich kann mir vorstellen, dass ich, keine Ahnung, dass ich jetzt, wenn ich jetzt noch länger streame, in ein paar Jahren jetzt auch nicht mehr so krass Bock auf Minecraft habe, wenn ich dann nicht heftig was tut und dann könnte ich mir natürlich schon vorstellen, zu switchen, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, generell irgendwann zu switchen, auch falls, auch wenn es dann schlechter ankommt, aber mal sehen. Solange ich noch Bock auf Minecraft habe, dann bleibst du erstmal dabei. Hört sich nach High-Quality-Gameplay dann an. Ja, morgen werde ich Fortnite-Streamer. Okay, dann vielen Dank. Danke, bitte. Viel Spaß. Danke, dir auch. Tschüss. Ciao. Nett. Einer heißt, damit rechnest du nicht. Okay. Hallo, womit rechne ich nicht? Ähm, bist du da? Ich höre dich zumindest nicht. Ja, da hat er recht. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass er nicht redet, ne? Also von daher. Ich glaube, dein Mikro geht nicht. Nice, danke für das Gespräch. Kannst du ja gucken, ob es gleich geht. Tschüss. Ja, es war auch ein netter Typ. Haben wir gut uns unterhalten. Oh, Tobias ist einfach hier. Hallo, Tobias. Großer Fan. Als ob du mich instant gemoogt hast. Aber bist du gerade erst reingejoint? Ich dachte, ich muss von unten wehen. Auf einmal sehe ich da deinen Namen. Ich habe mal gedacht, komm, ich trage mal auch Wasser zu bei. Okay, erzähl. Gab es in deiner YouTube-Karriere einen Moment, wo du kurz davor warst, aufzuhören? Ja, schon öfter. Tatsächlich. Aber ich glaube, es hat jeder mal. Ich habe Real Talk. Oh, jetzt wird es hier. Oh mein Gott, jetzt ist ja Deep Talk hier. Vor, ähm. Wenn euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Auch sehr gerne ein kostenloses Abo, denn ich versuche dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Ist schwierig, aber auf jeden Fall nicht unmöglich. Von daher fettes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, der ein Abo da lässt. Und erst auch viel Spaß mit dem Video. Ich habe, boah, es ist glaube ich erst sogar eine Woche her oder so. Oder irgendwie sowas. Ich hatte irgendeinen richtig trashigen Tag erst vor einer Woche, wo ich so alles angezweifelt habe. Das weißt du sogar, Tobias. Ach was, nein. Unwissend bin ich. Unwissend. Das habe ich dir geschrieben. Oder war das, ich glaube, ich hatte sogar ein paar Tage davor, also okay, doch, ich hatte vor ein paar Tagen das sogar erst. Das ist jetzt, glaube ich, ich glaube, es war letzte Woche Mittwoch tatsächlich. Da hatte ich so einen Moment, wo ich alles angezweifelt habe. Und so überlegt habe, weiß nicht, wo man einfach so down ist. Und ich denke, man hört mit allem auf. Und ich glaube, ich hatte sogar ein paar Tage davor oder ein paar Tage danach vielleicht sogar, das erste war wieder, dass ich geweint habe. Nicht wegen YouTube, sondern generell, weil einfach der Tag so komplett kacke war. Und dann war ich auch so, Junge, ich höre mit allem auf. Ich mache nichts mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin fertig. Aber ja. Kurze Interessensfrage. Wann war das genau? Ich weiß, ich darf nur eine Frage stellen. Dass ich geweint habe? Ja. Ey, weiß ich wirklich nicht mehr. Weil ich hatte genau das Gleiche, aber letzte Woche Mittwoch. Ah. Ja, da hatte ich auch. Vielleicht war es sogar auch am Mittwoch, aber dann nachts auf jeden Fall. Kann sein. Irgendwann. Bei mir war Nachmittagskampfer. Bei dir was? Bei mir war es Nachmittag. Okay. Ja, ich hatte ja nachmittags auch so einen trashigen Moment. Und dann nachts nochmal irgendwie so. Ja, aber vielleicht sind wir so gut befreundet, dass wir gleichzeitig weinen. Ja, das wollte ich nämlich gerade. Das war meine eigentliche Frage. Ja. Doch, aber kann sein. Ja. Ja. Kann sein, dass es damit auch war sogar. Nices Format. Feier ich. Viel Spaß. Zopp bei Ryan rein. Der weint uns weiter wieder. Ja. Ja, genau. Wenn nicht zappt, dann wein ich wieder. Also zappt jetzt. So richtig assi. Okay, tschüss. Panda schreibt erst mal, schade, dass du nicht aufgehört hast. Aua. Moinzuckerstäbchen. Ei. Weil ich dachte kurz, dein Mikro geht auch nicht. Ich hatte schon Angst. Es geht. Es geht. Kurze Frage. Was hast du für Haustiere? Ja, ich habe tatsächlich eine Katze. Ich hatte früher ganz viele Haustiere. Auch irgendwie. Also wir hatten. Also ich wohne ja in einem Haus und meine Mutter und meine Schwester sind ausgezogen. Und ich wohne hier jetzt noch weiter. Und meine Mutter hat alle Tiere so ziemlich mitgenommen. Wir hatten vorher einen Hund. Eine Katze. Dann hatten wir noch Meerschweinchen. Dann haben wir Wellensätsiche und Wachteln. Oh, da bin ich jetzt schon raus. Ich hatte damals einen Hase und eine Katze. Mehr habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt. Aber Hasen ist nice. Hatte ich den Hasen, der drinnen war oder der draußen im Gehege war? Nee, der war bei uns immer meistens draußen. Ja. Ist ja auch eigentlich normal, weil meine Tante hat so einen Hasen. Und der läuft dann immer durch die Wohnung manchmal. Ist eigentlich ganz nice. Ja, wir hatten den auch immer damals. Da hat es richtig hart geregelt. Geregelt, genau. Geregnet. Dann hatten wir den hochgeholt. Da hat er einfach die halbe Bude-Folge. Ja, klingt doch ganz geil. Nice. Dann wieder. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. Das Verabschieden ist immer so weird. Einfach so ein richtig nice Gespräch und dann so, okay, tschüss. Das ist so wie Speed-Dating irgendwie. Wisst ihr? Das ist einfach so. Oh, wir müssen mal ein Speed-Dating-Format machen. Aber ich bin vergeben. Da muss ich meine Freundin fragen, ob ich das darf. Vielleicht nehmen wir nur Männer rein. Dann wird sie nicht eifersüchtig. Dann date ich einfach nur Zuschauer. Dann darf halt keine Zuschauerinnen rein. Moin, moin. Meine aktiven Freunde. Hallo. War halt, stopp. Deine Frage ist eh, ob ich Alter 4 drücken kann, oder? Ja. Oh mein Gott. Nein, kann ich nicht. Hör auf, mich zu fragen, ob ich Alter 4 drücken kann. Ja. Kannst du Alter 4 drücken? Tut mal jetzt, Alter 4. Nee, kann ich nicht. Doch, tut mal jetzt, Alter 4. Ich hab das deaktiviert. Kein Scheiß. Hör hin. Ich dachte, es wäre jetzt nice und du liefst den Discord-Channel automatisch. Aber naja. Da muss ich dich doch rausmoven. Auch gut. Nö. Doch, tschüss. Hi. Kannst du mich rausmoven? Klar kann ich machen, gerne. Gacka Ding. Tschüss. Okay, ciao. Korrekter Typ auf jeden Fall. Das war eine gute Frage. Gefällt mir, gefällt mir. Nehmen wir jetzt einen Prank. Moin, bitte nicht pranken. Kann ich denn den nicht sagen? Ah, jetzt hat er, jetzt hat er. Okay. Ich dachte, der Prank wäre, dass du nicht redest. Das wäre auch eine gute Idee. Aber der Prank ist, dass es keinen Prank gibt. Oh, das ist ein Heftiger-Prank. Hast du auch eine Frage? Ähm, ne. Ne, das ist ja der. Nice. Hello. Und bin immer Single. Ey. Komm kurz weg. Die ganze Zeit höre. Guter Song. Jo, auf jeden Fall. Kannst du mir kurz erklären, was ich machen soll? Was? Ich soll dir erklären, was du machen sollst? Einfach dir eine Frage stellen oder so oder was? Ja, genau, genau. Ich move dich rein. Dann kannst du mir eine Frage stellen. Dann beantworte ich dir und dann move ich dich wieder raus. Okay. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, äh, ja. Meine Gute. Eigentlich habe ich keine Frage auf Lager, aber wirst du eigentlich bei der nächsten Gamescom da sein? Oh, du bist ja ein Rapper. Eigentlich habe ich keine Frage. Das ist gerade ein Reiben mit am Start. Äh, nächste Gamescom. Äh, ist halt die Frage, wann die ist, ne? Also ich hoffe, dass ich da bin. Äh, ich gehe sehr stark davon aus, so. Gibt es schon Infos für dieses Jahr, weißt du das? Also wahrscheinlich wird die nicht sein, aber... Nein. Ja, nächstes Jahr, wo der Antje Zieser hat. Okay, ja. 2022 bin ich hoffentlich jeden Tag auf der Gamescom. Außer ich breche mir halt irgendwie beide Beine vor. Ja. Dann wahrscheinlich nicht. Bist du auf der Gamescom? Boah, auf jeden Fall dann. Ah, dann weiß noch nicht, ob ich gehe, Maik. Muss ich ja mal gucken. Spaß, dann komme ich erst recht vorbei. Okay, dann sehen wir uns nächste Gamescom, ne? Bis nächstes Jahr. Gerne. Hey, Schoko. Schoko. Okay, tschüss. Ja, ich kann. Maik einfach am Big-Schoko-Swagger-Songs hören nebenbei. Guck mal, ich habe eine Frage an dich erst mal, bevor du mir eine Frage stellst. Mhm. Zedo oder Zedo? Beides. Okay, dann kann ich ja nichts falsch machen. Okay, cool. Was ist deine Frage? Bist du schwanger? Schwanger? Ja. Ey, ich bin mir selber noch nicht sicher. Also, mein Bauch wird irgendwie immer dicker. Am Essen kann es nicht liegen, weil ich esse eigentlich nur drei Tafeln Schokolade pro Tag. Das ist ja nichts. Also, vielleicht schon, ja. Bist du der Vater? Wie alt bist du? Äh, ja. Zehn. FBI, open up! Okay, tschüss, tschüss, tschüss. Er ist nicht der Vater. Stopp, über VIP. Stopp, stopp. Los. Äh, nö. Er ist nicht der Vater, er ist nicht der Vater. Hallo. Du musst mir eine andere Begrüßung einfallen lassen. Sag ich immer, ich sag immer Hallo, wenn ich war in Reimo, ist ja langweilig. Äh, ja. Moin. Einfach YouTube-Intro, Kaffee. Was geht ab, Schoko-Freunde? Nee, dann aber das eh weglassen, weil Einzahlen. Schoko-Freund, stimmt. Was geht ab, Schoko-Freund? Hi. Hast du eine Frage? Ja, also, kannst du mal eine Geh-Stats-Aufgaben machen? Spaß. Ähm, eine erste Frage? Nee, das war die Frage, tschüss. Ja, gute Frage. Nein, ich ruf ihn doch mal rein. Sorry, irgendwie hat es kurz gelaggt, dann warst du draußen. Was ist deine Frage? War mein Internet, glaube ich. Ja, kann sein. Ähm. Ich habe mal irgendwas ultra-wichtiges verkackt. Zum Beispiel eine Festplatte gelöscht. Nein, ich weiß ja nicht, Panda. Du hast deine ganze Festplatte gelöscht, ne? Ja. Was ultra-wichtiges verkackt. Termin, was das ist. Was ultra-wichtiges. Eigentlich nicht, glaube ich. Meine Praxisprüfung für einen Führerschein ein paar Mal verkackt. Aber ansonsten. Du darfst leider nur eine Frage stellen. Ja. Ich glaube, das verrate ich lieber nicht. Boah, lass mich kurz überlegen. Ach, ich glaube nicht. Mein Haarwuchs habe ich verkackt, dabei kann ich ja nichts für. Nee, habe ich echt nicht. Also nichts ultra-wichtiges. Also nichts, was mir jetzt gerade einfällt. Niemlich arbeiten in der Schule. Ja, ich habe ja meinen Abschluss. Also ist ja egal, ob ich die verkackt habe. Ich hatte mal eine 6 in Französisch tatsächlich. Ich weiß nicht, wie man eine 6 schreibt, aber ich habe meine bekommen. Kannst du Französisch? Ich habe Spanisch genommen. Das letzte Jahr sogar. Nur noch vier Wochen. Das ist ein Französisch-only-Channel hier. Sorry. Ja, sorry. Ja, danke. Ich bin mir leid. Ciao. Tschüss, Dürren. Ciao. Per war Bann. Ach stimmt, ich habe Panda letztes Mal ehrlich gebannt. Aber er ist wieder Endbann. Ah, hallo. Äh. Nein, ich mache kein Skywars-Turnier. Nein, das ist nicht die Frage. Wann kommt Skin Contest? Boah, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich nochmal einen mache. Die Skin Contest mache ich mich immer pleite. Die bringen mir auf YouTube 2 Euro und im Stream verliere ich dann 25 Euro für den Gewinner. Ähm, vielleicht mache ich nochmal einen. Aber wenn, dann weiß ich noch nicht wann. Also ich sehe jetzt gerade keinen tatsächlich. Wenn, dann mache ich vielleicht einen mit dem hässlichsten Skin. Das finde ich nochmal ganz lustig. Ja, okay. Ja, aber jetzt gerade sehe ich leider keinen. Sorry. Okay. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Okay, tschö. Hallo. 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 Hast du schon mal was geklaut? Mit dem Wert über 25 Euro und nicht zurückgegeben? Das Herz deiner Freundin. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß noch, ich habe noch nie geklaut in meinem Leben tatsächlich. Und ich weiß noch, wir hatten einmal die Frage in meinem Pädagogikunterricht damals. Und jeder, der schon mal geklaut hat, sollte aufzeigen. Und ich war der Einzige, der nicht aufgezeigt hat. Und das hat mir keiner geglaubt. Alle, ja, ja, Ryan, ist klar, ist klar. Aber nee. Hast du schon mal was geklaut über 25 Euro? Nee. Das kann mir jetzt aber nicht so glaubwürdig rüber mit dem Delay dazwischen. Keine Sorge, ich bin nicht von der Polizei. Okay, auf Wiedersehen. Moin. Nice, ein bisschen Minecraft am Schwitzen, wie ich höre. Cool, cool, cool. Okay, ciao. Gutes Gespräch. Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, meine Frage steht dort theoretisch schon. Wenn man, wenn man, wenn man ein Mann ist. Ja. Du bist mein Mann. Das gefällt mir natürlich sehr, aber es war wieder auf Anime basiert. Ach so, wenn man, also, was ist dann ein, wie spricht man das aus? Äh, Hasbendo. Das ist wie Waifu, nur männlich. Okay, also ein männlicher Anime-Charakter, auf den ich stehe. Ja, so ungefähr. Okay, keiner. Aber wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, finde ich Sasuke ganz cute. Kappa. Äh, warte, auf wen würde ich stehen? Ich habe halt nur noch Naruto-Charaktere vor Augen. Gerade alle anderen Anime sind so lange her, dass ich die geguckt habe. Sasuke wäre ja zu klassisch jetzt, ne? Auf den steht jeder. So. Mein Lieblingscharakter aus Naruto ist Itachi. Aber ob ich auf den stehe, ist dann nochmal was anderes. Guy definitiv nicht, Tobias. Mit der Augenbrau. Okay, warte, vielleicht gibt es irgendjemanden. Ich könnte jetzt smart sein und jemanden nehmen, der männlich ist, aber weiblich aussieht. Und zwar, ähm, Chad, weiß jemand, wie die Dingens heißt, die mit Sabusa unterwegs ist am Anfang? Der Typ, den könnte ich nehmen. Der sieht aus wie ein Mädchen. Haku, stimmt, Haku könnte ich nehmen. Jungen, was stellst du mir so... Okay, pass auf, erst mal, wer ist dein Hasbendo, Firetree? Ja, es ist wie beim letzten Mal. Waifu, jetzt Hasbendo. Muss ja der Vollständigkeit sein. Ja, aber ich möchte zuerst wissen, wer ist dein Hasbendo? Äh, Yato. Oh, aus Noragami. Okay, kenn ich, kenn ich. Und noch zum Männerspeed-Dating, was du vorhin gesagt hast. Ich bin ganz oben. Mal gucken, ob ich das mal mache. Ach, Mann, Alter, warum so eine schwierige Frage? Okay, warte, ich will nichts Falsches sagen. Wer ist denn hot? Ich nehm Kakashi, ich nehm Kakashi. Ja, safe, safe. Okay. Safe. Dann hast du deine Wahl getroffen. Ja, hab ich, hab ich. Die gleiche Frage kommt nochmal in ein Ja. Also, viel Spaß. Oh Gott, bitte nicht. Okay, auf Wiedersehen. Bye, bye. Orochimaru wahrscheinlich. Alter, den will ich doch nie im Leben nehmen. Junge, richtig. Alter, wer steht denn auf Orochimaru? Äh, ich hab ne Frage. Ja, ist auch Format, das ist auch das Prinzip. Hier, was gibt's? Gibt es einen Grund, wieso genau du Ryan heißt? Oder gibt's keinen wirklichen Grund? Äh, ich weiß nicht, wieso ich genau Ryan heiße, aber ich hieß erst Roman, tatsächlich. Ich bin geboren. Ja, mein Vater wollte, dass ich Ryan heiße und nicht Roman. Wie bitte? Da war halt noch nicht dein Vater da. Genau. Deswegen hieß du dann Roman. Er weiß es einfach. Aber nochmal für alle, ich hieß erst Roman, also im Twitch-Stream weiß wahrscheinlich eh schon jeder, aber für die Leute auf YouTube, ich hieß erst Roman. Ich glaube, ich hieß sogar einen Tag so und dann kam mein Vater, weil der war halt nicht bei der Geburt dabei und war gegen den Namen und dann haben sie sich für Ryan entschieden. Ich weiß aber nicht genau, wie die auf Ryan gekommen sind, tatsächlich. Müsste ich mal nachfragen. Okay. Ciao. Ciao. Moin, Mr. Nicht-Starmer. Ja, würdest du mal ein 1.16-Tourneer, also ein 1.16-Skyros-Tourneer auf Gomme machen? Grüße von Shadow. Junge. Kack, Shadow, Alter. Okay, wir nehmen noch jemanden hier nach. Weiß ich nicht, wahrscheinlich, also ich sehe es momentan nicht, ne. Oh, okay, schade. Sorry. Jo, dann tschüss. Tschüss. Junge, Shadow hat genau die gleiche Frage beim letzten Mal gestellt und jetzt schickt er wen anders, um die Frage zu stellen. Ich habe es auch letztes Mal schon beantwortet. Will ich Klingelstreich nehmen? Der prankt mich doch safe wieder. Egal, Klingelstreich. Ist das der, der vorhin schon war? Hallo? Klingelst... Okay, ich nehme hier auch Sheila, der trollt mich bestimmt nicht. Yo, Sheila ist hier. Hallo? Hallo. Ähm. Ähm. Ist heute Morgen erst Montag? Nein, heute ist kein Morgen erst Montag. Ach, schade. Sorry. Okay. Ach, nächstes Mal dann. Ja, vielleicht, ne, tut mir leid, ich hoffe, du weinst es nicht. Ich wollte jetzt nicht deinen Montagronieren. Ich weiß, was du machst, aber ist gut. Ich habe tatsächlich eine Frage, ja, ich wollte gerade sagen. Okay, okay. Würdest du mich als Freund betiteln? Oder als Zuschauer? Ähm. Eher als Typen, der gleich gebannt ist, aber... Ach, schade. Ey, das ist eine schwierige Frage sogar. Ja. Wann ist man befreundet, weißt du? Also, ich würde dich, glaube ich, ich würde dich eher als Freund betiteln als als Zuschauer. Okay. Ja. Das beruhigt mich. Ja. Bis zum nächsten Gamescom dann, ne? Wir sehen uns in zwei Jahren wieder. Ja, bis zum nächsten Gamescom, wir sehen uns dann. Ja, tschüss. Tschüss. Alles klar. Ja, gute Fragen auf jeden Fall, die wir heute wieder dabei hatten, ne? Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock darauf habt, dass wir es vielleicht nochmal machen, dann lasst gerne mal ein Like da, auch sehr gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr weitere coole Videos sehen wollt, dann schaut auch gerne mal hier vorbei, Freunde. Wow, was für ein cooles Video, denn da haben wir das erste Mal dieses Format gemacht. Das heißt im Prinzip genau das Gleiche, nur mit ein paar anderen Fragen. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde euch das da definitiv auch gefallen. Ich wäre jetzt erstmal weg. Ciao.